hallo herzlich willkommen wieder zurück bei colon exiles mit mir und desana und mit eurer barbara ich hoffe es geht euch alle gut ich hoffe ihr habt es wochenende überstanden ich war ein bisschen formen und habe gedacht wir bauen ein bisschen an der basis um bekomme ich das hier komme ich komme ich das hier irgendwie ran oder so könnte eine schwierige nummer werden das geht gar nicht oder geht es ja wenigstens jetzt jetzt geht es nicht ich hoffe ihr habt das problem ich auch immer auf jeden fall freut es mir freut sich ganz tierisch dass ihr wieder da seid oder sagen wir mal ist heute nicht barbarisch wenn das jetzt gehen würde es ja echt cool aber irgendwie hat es so seine marken warum geht es nicht heilen sagt hier geht es oder wie man ich sage euch das war vielleicht ein wochenende da weißt du gar nicht was du eigentlich machen sollst und da habe ich mir ein bisschen probiert an den shorts mensch geht es auch von hier immer runter ja ja noch ein stück noch ein stück was machst du weißt du was ich gebe jetzt einfach die kiste auf nimm da alles passt da bin ich halt überladen aber das geht dann schon ja und da hoch da gehen wir gleich so ein paar sachen hier ausbauen ich habe auch schon hier gewaltig gefahren hier in der p wir sollten aber erst mal gucken dass wir hier unsere basis aufbauen das wäre vielleicht gescheiter so für die erste zeit bis wir einen aufzug bauen können ihr seht ja hier laufen die materialien durch nicht normal bis heute ist der jenige der wo hier spielt es nicht normal jetzt nicht ganz dicht die steine die müssen hier raus und das holz auch sagt die dinge hier sonst will ich ja immer gleich überladen das hier so fast hier haben wir jetzt die steine drinnen da ist das holz drin bei die anderen sachen auch weg können wir hier ein machen den rest den bräuchte noch warum ist das schon wieder diese komische stellt euch das echt bevor ihr habt ihr das ganze zeug hier ist eigentlich gar nicht mehr wie und was bei denen dann ganzen 1000 werk wenn geht es ist unnormal echt so habe ich eigentlich was in den herausforderungen wieder fertig schlangen töten wir gehen aber mal kurz die punkte frei und dann machen wir das zeug voll auf stärke blut rutschiger berserker verschmetterter hiebe was macht ihr das so was ist da ganz gut also ich würde sagen blutiger berserker der schaden erhöht sich ja um weitere zehn prozent und die rüstung um weitere 50 nehmen wir das oder nehmen aber die stärke voll als nächstes nehmen wir die kompetenz damit wir alles wenn du überlastet bist dass du dich mit gesatten mit allem bewegen was du eigentlich hast an geschwindigkeit also maximum halt das machen wir einfach so und neue werkzeuge und so brauchen wir auch und vor allen dingen waffen gerber müssen wir noch aufstellen wir müssen da oben unbedingt grundgerüst machen wann kommt denn der fahrstuhl 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 leib eigenempfänger ich spiele ja gerne mit diesen mit diesen schwertern bis das kommt es dauert noch eine weile aber ich nehme den scharmützler mit der eisen diesen eisendolchen mal heran dann baue ich mir die ja 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 den rüstungsmacher schalten wir mal frei und der fahrt beobachter maske kann man ja mal mitnehmen schadet ja nicht beten 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 nee 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 oh gott ist das ein haufen da wird mir ja echt schlecht hin die kesselflicker werkbank brauchen wir auf jeden fall die werkbank selber auch dann nehmen wir den feuerschalenkessel mit die daten dann halt diese ganzen eisen werkzeuge da ist der aufzug die kann ich schon bauen cool 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 yes wo wird er eigentlich gebaut geben wir mal diesen konstruktionshammer werkstätten hm wo ist der wird er etwa in der werkbank gebaut oder was hm 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 ja da brauche ich 40 holz hm ich habe ja so viel wenn man das nicht hat oh das haben wir halt die werk ich will erstmal die werkbank haben dann bauen wir uns den aufzug tools baby tools gottes willen was ist es was habe ich dafür die sie es gekauft schick und einmal eine harfe wenn ich daran spielen kann das wäre cool ich mag ja solche dekoration es sollte doch in der halle wo ist das bitte wo ist die die sollte doch in der werkbank zum bauen sein muss ich da noch was anderes freischalten wartet mal ne das brauche ich nicht den steilmetzgesellen den kannst du auch mal mitnehmen was ist denn das sind getan barbara mann die fackel brauchen wir sowieso irgendwann mal zieht von euch jemand dieses ich darf nicht so viele punkte vergeben ich muss doch noch die werkbank bauen die werkbank wo ist es dann wo ist der aufzug ach ich brauchte zimmer ich brauchte zimmermann ich brauchte zimmermann zimmermann da brauche ich 100 steine warte ich habe 100 steine ich stehe so auf dem aufzug jungen ja erst mal so unordentlich hier hinten was brauchte 30 geformte holz geformte holz sind doch kein kein problem gibt mal 1000 stück her aufteilen in 500 perfekt das brauchen wir noch dazu also horizontal der musste erst mal nach oben ok 30 eisenbarn habe ich da noch nicht drin hier hier sind viel zu schwer schon wieder zack zack da kommen wir wenigstens nach oben da kann ich oben anfangen zu bauen durch ja ja schade und 10 zwirn 10 zwirn 10 zwirn oh das hat ja gerade so gereicht oder da laufen die hier durch da können wir da noch ein bisschen hat er noch gar nicht alle acht stück gebaut macht ihr das automatisch kone exiles voll verbessert hier jetzt seht ihr wahrscheinlich wieder nichts haben wir geile junge 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 muss sagen das läuft hast du können wir wieder weg machen ich brauche auf jeden fall ich brauche auf jeden fall eine waffe ja gib mir mal fünf äste gib mir fünf äste bitte gut dass ich da alles wieder weg getan habe baum und die schon mal ich kann doch noch mal was auch ein eisen großschwert bauen oder geht es nicht einhandwaffe was brauche ich dazu ich habe doch alles ach das kommt erst mit der nächsten stufe wie viel habe ich denn jetzt die macht halt blutung schaden die durch das müssen wir auch überdenken und vor allen dingen denk immer barbara du musst auch was essen äh man muss uns auch ein bisschen schön hell hier hey der aufzug der ist fertig oh yeah baby alter oha warum baue ich den hin ich möchte ja da hochkommen ich möchte da hochkommen und dann sollte da eigentlich nichts passieren wenn es säuber umkommt ich bin mir noch nicht so ganz sicher komme ich hier hoch barbara du solltest hochgehen wir hatten das doch besprochen du lässt dich nicht mehr fallen oh es ist schön gemütlich und ich sehe nichts oh kommt es klappt klappt es klappt es noch oh alter barbara du bist eine maschine und weiter hoch weil ihr werdet es gleich sehen wie cool das aussieht so da geht es weiter hoch ich hoffe es wird gleich Tag da seht ihr was ich meine deswegen will ich auch hier hoch die fläche die wird alles die wird total bebaut hier krass ja zwar ist jetzt sind jetzt FPS Einbußen da äh vor allen Dingen Einbußen das eigentlich heißt zwei Bebauten ohne jetzt hier krass sepameru bei Nacht junger Vater schön ich mache so gerne Fotos in dem Spiel das könnt ihr mir gar nicht glauben aber wo machen wir das jetzt mit dem Aufzug wo machen wir das am besten warte mal das muss alles schön geplant sein wenn ich da einen hinmachen könnte warte mal schauen wir mal kurz was heißt da ungültige Gebäude Gebäudeplatzierung braucht der Fundamente draußen rum hoffentlich habe ich so viel Zeugs hier meine Axt die ist auch gleich ah warte mal das müssen wir uns jetzt gemeinsam angucken das müssen wir uns angucken beim Morgenschein Mann oh Mann ey meine Sprache die läuft heute wieder Wahnsinn cool schade dass wir da drüben nicht bauen können oder hier an der Stelle krass ich finde es so herrlich und dann kommen so dieses Sonnenstrahlen auf dich drauf da hast du so den Blick auf den Vulkan geil ey es rollt nicht voll ey und dann seid ihr auch noch dabei das ist der Hammer wir bauen das auf jeden Fall auf dieser Seite oha 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 Steine aus da wo wir könnten das hier runter bauen und dann machen wir hier eine Zeppe runter damit wir hier rüber kommen können und auch leichter von Obelisk oder so das ist übrigens kleines Festung oder wie sagen die da ist ein Krieg so ein Kriegsherr oder so eine Art Gott auf vor oder sowas ich bin eigentlich jetzt rüber gegangen zum Baum und wollte den Baum abpacken und habe mich ablecken lassen das ist dieser Zauber vom Let's Play Wahnsinn warum sehe ich eigentlich nichts ich muss doch gucken was ich habe dieser Aufzug der muss hier rüber kommen er muss ganz schnell rüber oh man ich bin so rüppelig ich freue mich schon so drauf hier oben zu bauen zack 300 jetzt nehmen wir noch den einen wo es ja eine Baum schon ich bin so verballert das könnt ihr mir gar nicht glauben hammerhart halt, halt, halt wohin bist du komme ich das so hoch könnte klappen warte ein Fundament und dann diese dieser habe ich da irgendwas falsch gemacht ich habe das doch in den in die Ausgangsposition gemacht oder alle hopp Leute Leute warum geht denn das nicht ein gültiger Endpunkt gefunden ah ich glaube ich weiß warum vielleicht ist das ja wegen dem Fundament hier vielleicht geht es jetzt immer noch nicht ich will nicht da auf die Seite warum will der da rüber äh halt geht es jetzt vielleicht halt oh Junge Junge der will immer nur auf die Seite rüber warum alter warum will der ausgerechnet auf die Seite ich habe ein horizontalen Aufzug gebaut und der Weg der hat der Weg war hier zu Ende lalalalalala yoga vater ich bin zu ich bin zu verballert ich brauche doch einen vertikalen Aufzug guck mal zack ey das kann doch nicht sein ey ich habe echt gedacht das ist ein vertikaler Leute ich hoffe ihr bleibt da kurz dran das müssen wir gemeinsam angucken wegen sowas schaue ich auch selbst auf irgendwelche Sachen an weil das mich weil das einfach nur Spaß macht das macht einfach nur Bock nehmen wir das mal so haben wir harte echt ohne Witz ich habe den ich habe den falschen Aufzug gedrückt habe ich noch irgendwelche kann ich mir eine Sichel bauen komm die Sichel die gönnen wir uns sonst bin ich ja ewig und drei Tage hier am irgendwelchen Fasern fahren wie kann man wie kann man so blöd sein und so verballert sein wie ich oder statt einen vertikalen einen bombzontalen aufzubauen obwohl es eigentlich geil wäre müssen wir uns aufheben der ist ja nicht verloren habe ich jetzt die Sichel hier einmal ausrüsten bitte halt ja mach das so geil echt hammer geil ist mir auch noch nie passiert und da haben wir unsere Level für eines wert oh hammer hart ja das ist einfach nur zum Lachen ey das ist aber das ist gerade lustig na komm das geht aber nicht kaputt oder ich hoffe es nicht bist du schon fertig mit deinen geformten Holz jetzt aber richtig yes boah Junge 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 müssen wir mal gucken wo wir den hin tun jetzt dauert es doch ewig dann haben wir noch ein paar ja komm mach mal ein bisschen schneller ich könnte es noch sehen hier mit den Leuten sind auch neugierig was ist denn das hier ein Klappbett ein Kissen Mann ein Kissen kannst du hier bauen soll ich es mir hier gemütlich machen oder was ich bin doch nur zum Überleben da nicht zum Schlafen komm schon komm ich warte schon ganz himmelig auf den Aufzug yes jetzt steht uns nichts mehr im Wege außer es kommt ein Sandstrom also hier auf jeden Fall ein Aufgang nach oben ein Aufgang nach oben das ist keine Höhle oder aber hier ist auch jede Menge Eisen Müsste nicht mal da rüber laufen perfekt geht das noch ein Stück höher gehen wir mal da hoch was ist denn da jetzt das Problem hier yes alter das gibt es doch nicht das kann doch nicht wahr sein jetzt steckt der Aufzug hier im Stein fest kommst du nach unten kommst du nach unten komm nach unten baby Schutz suchen wieso Schutz suchen hey kapiere ich jetzt nicht war das jetzt zu Schutz oder was das ist also hier kommen wir so hoch so hoch so hoch alles klar das ist sehr gut ja wir müssen den noch mal abbauen oder mal kurz bewegen halt was hast du denn du jetzt gemacht hä warum geht denn das nicht das funktioniert nicht hallo komm ich jetzt wenigstens runter jo man jetzt kommen wir wenigstens wunder sehr schön ihr habt es nicht gesehen ja ich mache jetzt Feierabend für heute ich bin kein guter Fahrstuhlbauer halt 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 bleib hier ich habe doch schon eine Lösung ja komm zack hallo habe ich Treppen freigeschalten ne ein Zuhause schaffen bist du besoffen oder was das ist doch nicht ein Zuhause jo man jo jetzt haben wir unseren eigenen Aufzug jetzt können wir endlich da hochgehen und unsere Base bauen alter geil und dann hört es da drüben endlich auf oh yeah schick 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 dann können wir uns so hochgehen können jetzt unsere Base aufbauen ja wenn es euch gefallen hat ich würde mich echt über einen Daumen nach oben freuen damit dieser Algorithmus endlich mal in Schwung kommt und ja für noch mehr guckt einfach vorbei ich danke euch auf jeden Fall dass ihr dabei wart Barbara dankt euch auch ich danke euch und bis Mittwoch ciao 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 Vielen Dank.